Das Angebot der Nixdorf-Systeme reicht vom leistungsfähigen Schreibtischcomputer über digitale Telefonsysteme bis hin zu ausbaufähigen Terminalsystemen. Alle zeichnen sich durch arbeitsplatzorientierte Gestaltung, Funktion und Ausstattung aus. Der Einsatz von zukunftsorientierten Technologien sichert ein höchstem Maß an Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit der Systeme. Damit Ihr Computersystem auch wirklich den erwarteten Nutzen bringt, bietet Nixdorf durch seinen Service ein umfangreiches Dienstleistungsangebot. Bereits in der Planungsphase beginnt der Service des technischen Kundendienstes. Der Nixdorf-Installationsberater berät Sie dabei unter Berücksichtigung aller baulicher, gesetzlicher und räumlicher Gegebenheiten. Die Nixdorf-Techniker installieren Ihr System, generieren die Systemsoftware und testen Ihren Computer bis zur betriebsbereiten Übergabe. Die Nixdorf-Serviceorganisation begleitet nun Ihre tägliche Arbeit am Computer. Von der vorsorglichen Wartung über schnelle Störungsbeseitigung bis zur aktuellen Information durch Fernbetreuung. Ihre Sicherheit wird durch die örtliche Nähe der Werkstätten eine perfekte Logistik, einen Technologietransfer und eine gezielte Computerunterstützung optimiert. Einweisungen, Schulungen, Weiterbildung. Auch das ist ein Thema der Nixdorf-Serviceorganisation. Last not least helfen Ihnen die Nixdorf-Organisationsmittel sowie ein reichhaltiges Zubehör, Ihre Arbeit mit dem Computer so angenehm wie möglich zu gestalten. Die Nixdorf-Serviceorganisation versteht sich als verlässlicher Partner für Arbeitsunterstützung, Aus- und Weiterbildung sowie für die technische Betreuung. Sie haben nun Gelegenheit, sich gezielt mit den verschiedenen Nixdorf-Service-Angeboten vertraut zu machen.